Herzlich Willkommen zurück zur Let's Online Rocket League wieder mit dem lieben Funky Hallo Wir machen wieder Doppel oder Wanking Ja, letztlich mich zuerst ein. Oh, das ist richtig? Die Vorbereitung hier kommt, ich lade sie kurz ein Und jetzt kann ich suchen. Ich bin drin. Sehr schön Ja, letztens zwei Spiele im letzten Part haben wir gewonnen Es läuft So langsam wird's Langsam geht's wieder Jetzt wollen wir mal wieder die Steam Server down Oh, zwei Veteranen! Das wird nicht so leicht So, dann wollen wir mal Hätte ich das gewusst, dass die da nicht reinfahren Ich hab gedacht, den machst du Habe ich eigentlich auch gedacht, wenn ich ehrlich bin Nein! Nein! Big chance! Big chance! Und wir machen sie nicht So, ich hoffe die nächste nutzen wir Hey, ist der Veteran geworden Die sind die beide Veteranen geworden Oder beide bis jetzt Bunkie! Bunkie! Das wär so geil geworden, das Tor! Also wirklich gut spielen die jetzt eigentlich nicht Nee! Sehr schön Kannst du weiterspielen? Ja! Hast du? Ja! Ja! Aber nicht so wirklich Scheiße! Jetzt kassieren wir das 1 zu Nee! Wie ist der Veteran geworden? Das ist mir ernsthaft Der ist ja richtig Ja jetzt Okay Gut sind sie nicht Nee! Wir aber auch nicht sonst würden wir schon 1 zu 0 führen Naja das stimmt Tor Der hat mich beide überlupft Merk ich nicht Das war jetzt kein großes Kunststück Ich wollte auch noch ins Tor Wo warst du eigentlich in dem Umblick? Äh ich stand in der Nähe vom Tor Ah ok Du machst jetzt selber eine Vorlage Der hat damit Das sieht man mal Der ist richtig gut abgesprungen Für dich und dann Ja! Aber der hat doch nicht damit gerechnet Dass er so abspringt Das hast du auch gemerkt Ja! Manchmal springen die Bälle Finde ich komisch ab Aber Ja! Tor ist Tor Nein! Ich bekomm halt Ich bekomm halt nicht mal nen Torschuss Oder irgendwas Nee gar nichts Der muss schon wirklich extrem nah am Tor vorbeifliegen Oder Der geht rein kann das sein? Ja! Alles klar Distanz Jetzt kommt der Torschuss Guck da war mein Torschuss Und Guck mal ich Ich gleich noch Ich gleich noch Und dann ist er reingerollt Ich hab ihn ja nicht mal berührt Ich hab nur gesehen Ich hab nur gesehen in dem Augenblick Ach der geht ja rein Du brauchst ja gar nicht mehr berühren Also jetzt nochmal kurz zum Festhalten Wir spielen gegen 2 Veteranen Haben noch 2 Minuten 50 und führen schon 3-0 Wo findet ihr den Fehler? Was kommt nach Veteran? Gibt's da noch irgendwas? Experte Gut Dann weißt du was wir jetzt Wenn wir die so abfertigen Was wir dann sein sollten Ich hab schon mal gegen 2 Experten gespielt Echt? Und? Naja Die waren auch nicht gerade besser Das ist halt wenn du nur viele Spielskunden hast Ja weil man Kommt ja auch wenn man verliert Trotzdem 750 Punkte Ja eben Hast du oder? Ich hab's versucht zu fliegen Das kannst du noch nicht ne? Ah nicht so ganz Also ich bin knapp dran vorbeigeflogen Aber Du hättest ja auch auf der Stelle hochfliegen können Das geht auch Eigentlich schon Das ist besser Das hab ich ja vorhin glaube ich im ersten Part auch einmal kurz gemacht Hast du? Alter Du bist im Tor oder? Ja ich bin hinten Sehr schön Funky Schöne Parade Ah ja aber du gehst mit nach vorne Ne ich geh jetzt wieder nach hinten Ach ok dem handelt es bald Und? Haa! Nicht ganz Ach ich driften müssen Look da den über mich drüber Ist doch noch nicht so groß Der war gut Der war richtig gut Hohohohohohohohoo So und jetzt weg mit dem Ball Einfach nur weg. Ich bin in der Mitte. Also die Vorlage war gut. Die Vorlage war gut. Die Ausführung von mir nicht so gut. Wow. Alter, ich hasse immer, wenn der auftitscht, dann fliegt der höher. Dann fliegt der höher, als du springst. Tor? Tor? Nee. Jetzt Tor? Nee. Jetzt aber. Jetzt Tor? Nee, auch nicht. Es gab einen Torschuss. Hä? Der ging nicht in meine Richtung von Tor. Also ich meine so gar nicht. 2 zu 1, oder? Silber 1! Ich bin wieder Silber. So, ein Match machen wir noch. Und dann ist auch das vorbei wieder. Also sieben Minuten dauert das immer ungefähr, ja? Das habe ich auch in dem Replay so ein bisschen festgestellt. So sieben, acht Minuten, kommt immer drauf an. Ah, du hast einen Nuller-Ping. Auch nicht schlecht. Ah, jetzt nicht mehr. Naja, aber eigentlich schon ziemlich tiefen mit der neuen Leitung. Tiefer als sonst. Also du kennst ja noch meine alte Leitung. Da hatte ich den letzten Mal einen Speedtest gemacht, wo ich geguckt habe, ob es schon da ist. Achter-Ping. Und das in dem Kaffee, wo ich wohne. Okay, was spielen wir denn? Gegen einen Meister? Okay. Der hat wahrscheinlich nur viele Offline-Schunden, weil ich denke, Meister, das dauert lange. Also ist es nach... Es ist nach Experte. Meister, Alter. Siehst du das? Ich meine, das sagt jetzt nicht viel über den Spiele aus. Das sagt einfach nur, dass der viel spielt. Ja. Aber ob der jetzt gut ist, das ist ja was anderes. Äh, Funky? Ja, ja, das ist geplant. Das war jetzt eher nicht so geplant. Aber bei einem Meister erwarte ich, dass der fliegen kann. Der kann aber nicht. Wer hat das gerade vorbeigeflogen? Ich meine, das kann ja schon mal passieren, aber... Ne, okay, der kann echt nicht fliegen. Also bei einem Meister erwarte ich, dass der die trifft. Muss ich dir echt mal so sagen. Ja, aber das tut er nicht. Hast du, oder? Okay, der Ball treffen tut er also auch nicht. Bringt er mich da ab, was endet? Tor? Tor? Boah, sehr gut. Yes! Mit gegen einen Meister. Wieso muss man da sein? 50? Wahrscheinlich, ja. 50, denke ich mir. Dann ist aber Schluss, glaube ich. Ich glaube, über Meister geht es nicht mehr. Moment, Moment. Profi ist man ab 20. Dann kommt Veteran... Ne. Ab 30? Ab 30. Experte kommt ab 40. Dann kommt Meister wahrscheinlich ab 50. Dann ist Schluss. Hast du. Ne. Das muss man anschauen. Das war richtig gut von dem. Wer war denn das? Ach, das war der Meister. Guck dir das mal an. Ja, hab ich schon gedacht. Der kriegt den nicht mehr richtig. Dann hat er mich... Jetzt hat er nur springen müssen. Der war zu hoch. Ein Doppelsprung ist ja gerade... Jetzt war er da rangekommen. Bin mir ziemlich sicher. Echt jetzt? Mhm. Oh oh. 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 Ähm, du warst schon wie knapp das gerade hervor. Ja, ja, aber... Was soll ich denn sonst machen? Was soll ich denn sonst machen? Ich hatte noch einen Boost und das hat wahrscheinlich gereicht. Oh. Oh shit. Das war richtig Glück, dass sie reingegangen ist. Oh. Da war es dann auch mit meinem Boost. Und da war es dann... Das war richtig knapp. Der wird... Der ich... Der ich immer noch gegen einen Meister. Ja. Das kannst du dir dann groß an die Decke kleben. Ich lasse mir eine Plakate erstellen. Ist auch eine Errungenschaft, wird das schon angebracht. Ach, Funky! Mach ihn! Mach ihn! Ich hab jetzt dazwischen geguckt. Na, gedacht, ich mach ihn jetzt nicht selber. Danke! Wann war denn dein Torschuss? Zehn Minuten früher? Der! Das war dein Torschuss. Das war eine Parade! Ja, okay! Und dann haut er uns selber rein. 3 zu 1. So, da sieht man mal, erster Ballkontakt ist nicht wichtig. Und er in die Richtung, wo er hinfliegt. Das war ein Torschuss! Echt? Ja! Dafür würde ich nix bekommen, nicht mal ein Mittelfeldpass oder sonst irgendwo. Wow! Ja, komm, Ball, komm, Ball. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon erahnt, dass der eine von der anderen Seite angerauscht kam. Nichts habe ich bekommen, keine Parade dafür, nichts. Also gut, spielen die wirklich nicht zusammen? Ne, also für, für einen Meister? Da erwarte ich Flugstunts. Ja, das ist ein bisschen mehr, somit das ist. Ach, warum, diesmal kein... Da warst du zu langsam. Ja, weil ich keinen Boost hatte. Hier, jetzt bitteschön! Jetzt, als ob der den Ball nicht trifft, ist der behindert? Ja, ich hab, ich stand falsch, ich hätte da niemals Druck dahinter bekommen. Ohohohoho! Das gibt's nicht. Doch, siehst du doch. Alter, wir führen 3-1! Und das Gegenteil weiß, da kann man nicht noch öfters wiederholen. Ich hab dafür eine Parade getroffen. Ja, zurecht. Geflogen und getroffen. Und... Boah. Boah, 790 Punkte. Gegen einen Meister! Gegen einen Meister! 4-1, also, so langsam wird's echt besser. Nächstes Mal ein bisschen warm spielen, dann... Ja, aber die Gegner sind das doch nicht wirklich... Komm, ein Tor, halt ihn hoch, halt ihn hoch! Ne, aber wir haben gewonnen. Gewonnen, 4-1. Alter, 10 Rangpunkte da oben! Und, äh, wir sind... Ein Part machen wir noch, oder? Komm! Ja, komm! Also, bis zum nächsten Mal bei Let's Online Rocket League! Tschau! Tschüss!